happy birthday to you herzlichen glückwunsch an audio und geburtstag haben und herzlich willkommen bei der talk handle ich spiele mal wieder free fire max es geht wieder jawohl und ja einmal br dann cs und dort war es dann viel spaß ok die erste und betroyal rinket habe ich gestartet und die sind schon alle unten ich fliege bestimmt schon weil ich mir auch schon unten das dauert aber lange jetzt das ist bestimmt schon eine minute hier am laden dann ging es schnell vorwärts okay gut kann ich jetzt play machen geht es bestimmt jetzt los und jetzt stehe ich immer noch bei 99 prozent das kam schon bei mir war es ja gewesen ich habe das spiel installiert wieder runtergeschmissen wieder installiert und das ging einfach nicht da habe ich jetzt gestern mir einfach andere spiele die ich noch neu dazu auf installiert hatte runtergeschmissen und seitdem er angeht ist ja also war kein fehler am spiel sondern ein fehler an das programm weil ich da andere spiele drauf hatte die sich nicht mit den free fire vertragen aber jetzt und gerade war gerade eine 540 jetzt wieder schwarz wo ich jetzt schon gekillt ja ich wurde gekillt hey super nach meiner runde bis gleich aber ich mache jetzt erst play ich nehme erst auf wenn ich starte mit dem spiel ich spiele das so wie ich das so immer gespielt habe ich springe ab ich lande irgendwo und dann sammle ich halt das mal ein dann sammle ich halt immer den hau von allem wo der computer sagt hier darfst du was einsammeln waffen darf ich nicht wechseln meine spielregeln aber ich darf die leute looten ich darf die leute looten die leute looten die ich gekillt habe weil die schon tot sind also nur noch klein woher ist er versucht der woher irgendwelche das die natürlich ganz ich ge Watt Aus Mitt Oh, ne Torgi, schön. Wieder draußen. Einen Granatwerfer. Opsa, da Pilz. Einen Granatwerfer. Triple kill. Quadra kill. Hat er nicht gerade die Nähne? Doch da. Ich treffe ja noch. Gut. Es läuft ja gut eigentlich ne? Fürs erste mal seit einer Woche. Aber alles ist okay. Wird gleich viel interessanter. Interessanter werden wir sehr spielen. Hm. So. Es sind nur 22 Spieler. Mit mir. Beziehungsweise Kais. Oh ich muss doch da hinten gehen. Ob ich das noch schaffen. Habe ich gar nicht gehört durch das ganze Schließen hier. Dass ich mir schon wieder was neues angezeigt hatte. Äh. Ein bisschen laggy gerade wieder hier. Die Zone wird verkleinert. Es ist mir egal. Ich muss mal. Es ist mir egal. 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 Oder es ist mir egal. Es ist mir egal. Es ist nichts anderes. jetzt holen rein hier Mensch bleibt doch stehen ok jetzt haben wir mit jeder Waffe einmal eingekillt und was muss ich jetzt noch machen jetzt eigentlich nur noch gewinnen mit jeder Waffe ich habe eingekillt zweimal Granat einmal Granatwerfer gerade einmal mit den Keulen einmal mit die Torge und mit der hier auch wer sind das? Haka? Haka Haka voll verzogen gerade so weit weg noch ich muss hier rein ok machen wir das erst Killing Spree Killing Spree ok 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 so Hebring Ok 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 surprise ok 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 wenn er nicht wieder so hängen bleibt wie jetzt. Ergebnis? Kommst du noch? Ah, geht doch. Oh, 65 Punkte. Das ist ja mal nice. Wieviel Kills hatte ich gehabt? Kampfpunkte? Steht hier gar nicht. Ah, 20 Kills. Das ist gut. Okay, dann würde ich sagen, bis gleich in der CS-Runde. Viel Spaß. Okay, die CS-Runde wird geladen, hoffe ich. Nicht, dass es so ist, wie beim ersten Mal bei Battle Royale, aber ich denke nicht. Ich habe ja jetzt schon gespielt, bei Battle Royale zumindest. Dann wird das jetzt auch laufen. Okay, ich nehme so meine Sachen wieder hier. Schau mal, was die hier weggeschmissen haben. Das ist ja nicht. Okay, wir können aber möglichst gut gut machen. Alle müssen die Polizei Ausflachen verringen. Das ist ja nicht! Wirklich, die Runde zu werden. Das ist ja nicht. Wirklich, die Runde zu werden. lại sind, Erwartungen sind, oder? Wirklich, die Fälle sind, oder? Wirklich, die Runde zu werden. was also auch bei den Runden. Das war wirklich nicht. Bussische Runden. Und das war schon mal. Das war wohl auch. Wirklich, meine remarks. Der Runde. Also ein bisschen eher. Regen. Ey, hab ich doch gerade schon untergeschossen. Oh, ich war die Nummer 1. Oh, diese Runde. Die werden auch hochlaufen oder hinter einen hinterher rennen. Die laufen gerade rüber, das finde ich nicht so schön. Da habe ich mal den hier hinterher. Okay, der ist oben. Okay, der ist unten. Okay. Ich habe einen Kopfdang. Ich habe einen Kopfdang. Ah, Mist. Ich wollte ihn auch noch looten. Ah, jetzt müssen wir doch was kaufen. Hm, was holen wir uns denn? UMP ist eigentlich ganz gut für Nahkampf. Nehmen wir die mit. Und zwei Pilze. So, ausgerüstet. Upsa. 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 Seite des Zandröhr irgendwo. Oh, hier ist eine Spritze, wenn einer haben möchte. Hier, braucht jemand eine Spritze? Bitteschön, Dankeschön. Jo, warte jetzt. Bitteschön, ist das? Bitteschön, Dankeschön, Dankeschön. Ist der oben oder hier hinten? Ach, der war oben. Oben. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit nach hinten gegangen. Ich brauche equipmenten. Ich bin ein bisschen zu weit nach hinten. Ich bin ein bisschen zu weit nach hinten. Ich habe gut gespielt, Dankeschön. 2,8. Oh, ich fahre der Beste. Ich fahre heute mal wieder der Beste. Das ist schön, da freue ich mich. Gut, dann würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch dabei seid. Bis dann. Ich habe euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Untertitelung des ZDF, 2020